Nun ja, die Kinder. Sie sind tot. Aber ich kann doch jetzt nicht dauernd jammern und klagen, dass sie sind. Und will ich deswegenstens hübsch haben und eine Kaufmannsfrau sein. So wie man sich in meiner Gegend eine Kaufmannsfrau vorstellt. Hier, da. Da stehen die ganzen tollen, vornehmen Sachen, die du haben wolltest. Und das Bauernvolk lacht uns aus. Sie beneiden uns. Unsere seit drei Jahren ausstehende Forderung zu begleichen. Wo willst du es hernehmen, Abel? Ich glaube, ich weiß, wie ich es schaffe. Morgen, Herr Ratschek. Jershke, Ratschek kommt nun wieder raus. Jershke, Ratschek. Jershke, Ratschek. Jershke, Ratschek. Jershke, Ratschek. Jershke, Ratschek. Jershke, Ratschek. Untertitelung des ZDF, 2020